Sie hören eine Produktion des Podcast-Imperiums. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Dead Nerds Talking, dem Walking Dead Podcast hier bei Nerdizismus.de. Alle zwei Wochen hört ihr uns, wenn wir zwei Folgen von The Walking Dead besprechen. Und jetzt geht es wieder weiter mit der neunten Staffel und den ersten beiden Folgen. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, wie immer, der Nerdizist Michael. Hallo. Hallihallo. Ja, bei uns war, wir waren ein bisschen ruhig gewesen in den letzten Wochen, ne? Ja, ich meine, wir hatten ja auch persönlich viel zu tun, privat, ne? Nicht nur Nerdizismus. Richtig, wir haben noch was anderes zu tun. Ich bin umgezogen und du bist auch umgezogen. Genau, umgezogen, beide. Du in eine fette Wohnung, ich in eine kleinere Wohnung. Okay, ja, es wäre gelogen, wenn es anders wäre. Deswegen habe ich jetzt mir hier auch endlich mal sowas wie ein kleines Studio einrichten können mit einer richtigen Mikrofonspinne. Es sind noch zu wenig Dinge hier in dem Raum, deswegen halt es, glaube ich, noch ein bisschen, aber da will ich auch dran arbeiten. Aber das wird, glaube ich, schon. Also da bin ich, jetzt kann man hier auch mal Gäste einladen, weißt du, jetzt kannst du auch mal rumgucken, ja? Müssen wir nicht immer über die Distanz das Ganze machen. Ja, wenn du nicht so eine scheiß Nahverkehrsanbindung hättest, ne? Entschuldige bitte, ja, aber die fette Wohnung kann ich mir halt auch nur leisten, weil ich halt aus Land gezogen bin. Einen Tod muss man sterben. Der Herr muss ja in der Stadt wohnen, ja? Dann wird es halt etwas überschaubarer. Ja, ja. Na gut, dafür haben wir jetzt ein abschließbares Zimmer für unsere kleinen Nerdinnen, die demnächst kommt. Das wollte ich gerade sagen. Dafür trägst du doch zum Nerdizismus aktiv bei, indem du dich vermehrst. Das finde ich ganz, ganz großartig. Ja, ich freue mich da auch richtig für euch, ja? Ja, also finde ich, Anfang des Jahres, Anfang nächsten Jahres, ne? Ist es soweit? Anfang nächsten Jahres, genau, ja. Einerseits sehr cool, andererseits, tja, das eine Zimmer geht dann halt für das Kind drauf und nicht für den Multimedia-Raum, ne? Ja, einen Tod muss man halt eben sterben im Podcasten, ja? Das heißt, wir werden dich dann demnächst wahrscheinlich so mit ein paar Schmatzgeräuschen im neuen Jahr hören, wenn du nebendran noch das Fläschchen gibst, während du podcastest. Naja, dann schreit die auch passend zu unseren Walking Dead-Folgen rein. Ja, wobei um die Jahreszeiten müsste ja dann eigentlich doch, dann müsste das zweite Staffelhälfte von Walking Dead dran sein und wir müssten mitten in deren Aufnahmen für Discovery sein. Mhm. Und dann kommt nächstes Jahr auch mal irgendwann wieder Game of Thrones, ne? Das kommt auch. Ich sehe schon, wir werden mitten in der Nacht aufzeichnen, wenn du da mal gerade wach bist oder so. Ja, naja. Ja, aber bevor wir jetzt mal in die Folge einsteigen, Michael, für alle, die zum ersten Mal da sind und wenn ihr mehr von uns hören wollt und sehen wollt, dann könnt ihr das auch. Michael, wo könnte man das denn machen? Ganz klar auf nerdizismus.de, denn da findet ihr unsere ganzen Serien und unsere ganzen Folgen. Wir sind ja mittlerweile vielfältig geworden. Wir haben ja nicht nur unseren Hauptcast und diesen Dead-Nerds-Talking-Cast. Nee, wir haben wie immer auch Track-Nerds, wo wir über Star Trek sprechen. Wir haben Westworld-Podcast, der jetzt auch ein bisschen pausiert bis zur nächsten Staffel. Die Game of Nerds, wo wir über Game of Thrones sprechen. Nerdplay, alles über Cosplay und so. Und dann auch noch eine Reihe, wo wir einzelne Nerdizisten mal sprechen lassen. Alles auf nerdizismus.de. Und nicht nur da, denn wir sind mittlerweile nicht nur auf iTunes vertreten, sondern tam-tadadam. Wir sind auf Spotify zu finden. Also, da, wo ihr seid, ne? Also, nicht nur da, wo wir sind, da, wo ihr seid, nämlich auf Spotify, könnt ihr jetzt nach nerdizismus.de suchen. Vielleicht hört ihr uns ja sogar schon darüber. Und wenn ihr uns unbedingt darüber finden wollt, dann geht doch einfach auf nerdizismus.de, denn da findet ihr nicht nur iTunes, nicht nur Spotify, sondern auch unsere ganzen anderen Social-Media-Kanäle, wo wir anderes Zeug machen, außer Podcasten. Heißt, auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram und sogar YouTube sind wir unterwegs. Wunderbar. Und wie immer hast du die E-Mail-Adresse vergessen, nämlich info at nerdizismus.de. Ja, zwei neue Folgen, Episode 1 und 2 in der neunten Staffel. A New Beginning und The Bridge. Fangen wir doch mal mit A New Beginning an, ein neuer Anfang. Wir haben ja auch einen neuen Showrunner, Angela Kang. Die war vorher für einige Folgen auch schon dabei, aber nicht immer in Verantwortung. Jetzt ist sie in Verantwortung. Und normalerweise an dieser Stelle, vor allem in unserem Westworld-Podcast, fasse ich ja die Handlungen immer so zusammen, bevor wir dann wirklich einsteigen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir fiel es ein bisschen schwer, jetzt hier ein Skript für diese Handlungen zu schreiben. Es gibt Handlungen strenge, ja, aber sie sind ein bisschen schwer. Naja, naja, chronologisch fassbar stimmt jetzt nicht, aber sie springen so sehr, dass ich mir beim Schreiben, und ich mache das ja dann auch nebenberuflich, ich habe ja noch eine Arbeit, das heißt, ich muss das ja so in der Pause machen, es nicht geschafft habe, wirklich da jetzt einen durchgehenden Handlungsstrang einmal so runterzuschreiben. Das heißt, wir werden heute vielleicht mal auf einzelne Aspekte eher eingehen, machen wir in dieser Talk-Reihe ja sowieso eher, aber es fiel mir wirklich ein bisschen schwer. Ich habe dann auch so ein paar Recaps mal reingehört, und mir ist aufgefallen, dass die Recaps, die ich sonst so höre, auch sich schwer tun mit einer Handlung. Jeder geht nur so auf Aspekte ein, und das, obwohl eigentlich jeder sagt, und ich auch, a new beginning, und siehe da, Angela hat die Handlung wiedergefunden. Es passiert was. Ja, ob etwas passiert, weiß ich gar nicht so. Es passiert auf jeden Fall in der Hinsicht was, dass wir zwischen ein paar Locations hin und her springen müssen. Wir haben ja mittlerweile nicht nur Alexandria und Hilltop und Sanctuary, wir haben auch, was wir noch nicht gesehen haben, Oceanside. Habe ich noch irgendwas vergessen? Naja, wir wissen jetzt, wo wir sind. Wir wissen jetzt, wo wir sind, Kar. Ja, wir wissen, und zwar wissen wir, dass wir irgendwo in der Umgebung von Washington sein müssen. Achso, das meinst du, ja, ja, okay, klar. Ist das Washington? Ja, das war Washington, ja, klar, das war Washington, das Kapitol in Washington. Und bisher hatte ich ja immer gedacht, wir sind so um Atlanta rum, irgendwo in den Südstaaten, so ganz grob. Aber, nee, anscheinend sind wir in der Nähe von Washington. Hatte ich mich auch gefragt. Ich wollte noch nachschauen, als ich dieses Bundesstaatenschild gesehen habe. Das ist ein Fantasiebundesstaat. Das ist ein Fantasiebundesstaat. Dieses County, Durson County oder so. Habe ich aufgeschaut. Ist Fantasie, gibt es nicht. Ah, okay, ja. Ist also im Grunde. Ich hätte nämlich noch fast nachgeschaut und ich habe mich gewundert, hm, kann man da jetzt endlich mal eine Location nachsehen? Es ist wahrscheinlich so ein bisschen wie Springfield bei den Simpsons. Ja, es liegt mal da, mal da, je nachdem, wo man es halt braucht gerade. Ja, gut. Ich bin schon wieder gesprungen, weil in der zweiten Folge, da springen wir noch mehr als jetzt hier hin. Ja, klar, am Anfang der ersten Folge sind wir noch alle zusammen und die versuchen ja alle zusammen zu arbeiten, so ein bisschen, ne? Ja, und man, vielleicht fangen wir mal an, indem wir so diese Grundsituation haben. Wir haben einen kleinen Zeitsprung drin, sechs, sieben, acht, neun Monate, wird nicht gesagt, kann man aber feststellen anhand des Alters des Kindes von Maggie. Das wird irgendwie so zwischen sechs und acht Monate sein. Ja, nicht nur an Maggie, sondern auch Judith, die Tochter von Rick. Stimmt, richtig, die ist ja, genau, die ist ja auch schon kräftig älter geworden. Ja. Dann haben wir die Fraktionen, die du gerade eben schon angesprochen hast, die durchaus hintereinander interagieren und wir haben ein paar neue Pärchen. Ja, da frage ich mich, ob sie es gemacht haben, weil die jetzt noch ein bisschen mehr Dynamik in die Geschichte reinbringen wollen, weil die so ein bisschen Will-they-won't-they reinbringen möchten. Haben die für dich gepasst? Also, wir haben ja zwei, wir haben ja, also eigentlich haben wir ja drei. Wir haben Ezekiel und Carol, wir haben Rick und Michonne, gut, das ist jetzt nicht neu. Und wir haben ja dann auch Anne und, ähm... Gabriel. Genau, Gabriel. Also, Gabriel, fangen wir mal mit denen an, Gabriel und Anne, das war schon so ein bisschen out of the box. Aber ja, er ist ja, wie er dann auch sagt, Episkopaler und kein katholischer Priester. Von daher kann er ja, okay, also, es... Das sind ja alles Evangelen da hinten. Das sind alles... Nee, ähm, Episkopal ist so ein Mittelding zwischen katholischer Kirche und evangelischer Kirche. Tendenziell aber eher zum Katholizismus hinneigend. Deswegen auch so die, äh, die Klamotte. Aber sowas wie Zölibat kennen die nicht. Ja, also, das, das war so ein bisschen odd irgendwie, aber okay. Carol und Ezekiel, hab ich irgendwas verpasst in der letzten Staffel? Nö, aber die hatten schon immer eine ganz gute Chemie mit ihnen. Ja, das schon. Ich meine, Ezekiel hat sich immer um sie gekümmert quasi. Genau, das schon. Mir kam dann nur so in Gedanken so, oh, sorry, Daryl. Ja, gut, Daryl und Carol, äh, Daryl und Carol, die sprechen ja auch später noch in der Hinsicht miteinander, wo man sie eher als gute Freunde oder vielleicht Lover, die es nicht geworden sind, einschätzen könnte. Ja, auf das wird's vielleicht hinauslaufen. Oder der Ezekiel segnet halt doch nochmal das Zeitliche und dann kommen sie vielleicht doch noch zusammen. Ich hab da die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. Ja, warte mal ab, vor allen Dingen wird's ja dadurch interessant, diese Staffel schmeißt ja einiges um. Ich meine, wir haben nicht nur New Beginning, wo sie es versuchen, alles ein bisschen anders zu machen. Nee, wir haben ja potenziell, und das ist ein ganz großer Spoiler für alle, die in den letzten Monaten nicht die Medien von Walking Dead verfolgt haben, zwei Kask, äh, Hauptcharaktere verlassen uns ja im Laufe der Staffel. Ich meine, Rick Grimes und Maggie, die werden irgendwann vielleicht zur Hälfte nicht mehr sein. Ich glaube, bei der Maggie-Schauspielerin ist es aber nur so, dass sie als Hauptcast aussteigt. Die wird, glaube ich, oder sie hat, glaube ich, irgendwo angedeutet oder gesagt, dass sie ab und zu wieder zurückkommt. Das kann natürlich auch in Flashbacks sein. Mhm. Ich könnte mir Flashbacks vorstellen für, genau, für die Zeit, die wir jetzt nicht gesehen haben. Aber, hm, ich meine, sie ist ja schon ein bisschen, die ersten zwei Folgen sorgen ja schon dafür, äh, sie in der Ecke zu drängen. Fangen wir doch vielleicht mal mit Hilltop an. Ich glaube, es geht ganz gut voran, wenn wir die einzelnen Fraktionen einfach so ein bisschen durchgehen. Fangen wir mit Hilltop an. Es hat Wahlen gegeben. Gabriel hat, äh, ne, Gregory hat Wahlen, ähm, äh, veranstaltet. Und, äh, surprise, surprise, ja. Ja, 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 what could possibly go wrong, ja, er hat verloren, ja, und ist deswegen not amused. Und nimmt dann den Tod, ich nenne es mal eines Redshirt-Characters, ja, weil so kam es mir vor. Ich habe erst gedacht, so, wer ist das Kind, muss ich es kennen? Oh, es ist tot. Nein, ich muss es nicht kennen. Ähm, zum Anlass, die Eltern dieses Kindes, bei dem der Vater Trinker ist, ähm, den Vater wieder betrunken zu machen. Und dann in einem durchaus cleveren Move, in dem er ihr dann nämlich nachts zuraunt in Hilltop, dass das Grab von, ähm, nach, wie heißt er, äh, von Glenn geschändet worden wäre, dass er sie da hinlockt, wo dann der Trinkervater sie dann umbringen will, was aber dann bis glückt und... Hätte klappen können. Hätte klappen können. Ja, ich frage mich, ob es nicht doch ein bisschen aufgeflogen wäre, weil der hat ja schon sehr aggressiv zu dem Typen hin agiert. Und ich habe mir gedacht, okay, vorher wurde jetzt ein paar, vor ein paar Minuten wurde gesagt, ja, Gregory hat sich so verbessert, Gregory ist so ganz nett geworden. Und natürlich ist der weiterhin eine Schlange, die im Hintergrund versucht, ihre Fäden zu ziehen, aber es inkompetenter Weise natürlich nicht hinbekommt. Äh, und deshalb geht der ganze Plan von ihm ja auch nach hinten los. Genau, er wird also enttarnt, beziehungsweise Maggie kann, ich sag mal, die große Eins und die noch größere andere Eins zusammenzählen, ja, kommt ihm mal so auf die Schliche. Ja, und dann kommen wir eigentlich schon zum, zum ersten Knaller in diesen zwei Folgen. Sie knüpft ihn auf. Mal so ganz kompromisslos. Und da habe ich mir nur so gedacht, also das ist A, wie im Comic, ja, okay, also im Comic wird er auch zwar an einem Baum und nicht an einer Scheune aufgehängt. Aber für die Maggie, die wir bisher kennen, puh, also das war schon hart. Ich hätte gedacht, Verbannung tut es halt auch, oder? Ja, das hat sich ja im Finale schon ein bisschen angedeutet, als sie sich so ein bisschen versucht hat, gegen Rick zu verschwören, weil der ja Negan nur gefangen genommen hat und nicht gekillt hat. Ich meine, dafür, was sie jetzt alles in den letzten Jahren da durchgemacht hat, da hat ihren Mann verloren, musste sich um eine Community gegen so ein Arschloch kümmern, musste die verteidigen. Natürlich ist sie dadurch bitter geworden. Der Sprung ist vielleicht ein bisschen zu stark gekommen, aber ich kann es schon nachvollziehen. Und vor allen Dingen kann ich nachvollziehen, dass sie Gregory aufknöpfen hat lassen, weil der Typ hat es einfach immer wieder auf die Spitze getrieben und sie war immer nachsichtig mit ihm. Aber denk dir mal, du musst jetzt mit so einem Typen anderthalb Jahre lang oder ein paar Jahre lang rumhängen, der dir immer wieder irgendein Holz zwischen die Beine wirft. Und dann bist du halt in einer Gesellschaft, in der du quasi fast machen kannst, was du willst. Und wieso dann nicht endlich auch kompromisslos sagen, okay, du bist eine absolute Liability hier, mit dir kann man nicht zusammenleben. Anders hast du es nicht verdient. Ja, okay. Und dann noch in einem Land, das die Todesstrafe sowieso kennt, mit einer Gesellschaft, die eigentlich ja auch über Leichen geht, im wahrsten Sinn des Wortes. Also ja, okay, stimmt. Ist von daher vielleicht gar nicht so. Ja, okay, hast du vollkommen recht. Und du hast schon was anderes. Ich hätte es mir vor allen Dingen noch viel früher gewünscht. Ich meine, der war ja immer so eine Ratte, die sich, oder so eine Kakerlake, die sich aus allem rauswinden konnte. Ich habe es nie verstanden, wie der am Ende überlebt hat. Ich dachte immer, sie haben es nur deshalb gemacht, weil entweder, keine Ahnung, weil wer in den Comics noch nicht tot ist, oder weil die ihn als, ja, Störfaktor immer weiter drin haben wollen. Aber wenn man realistisch das betrachtet hätte, wäre der schon längst weggesperrt worden, wie Negan verbannt worden. Oder es wäre irgendwas mit dem passiert. Irgendwer hätte den sicherlich schon aufgeknüpft. Ja, und vor allem, er wäre auch, ja, sie hätten ihn viel früher schon gekillt. Also, ja, denke ich mal. Also da hast du schon vollkommen recht. Du hast noch was anderes angesprochen. Also A ist dieser Nervfaktor. Für mich war es irgendwann ein Nervfaktor. Ja. Der ist jetzt weg. Ist auch, bin ich auch jetzt ehrlich gesagt, ich habe dem auch keine Träne nachgeweint. Ja, also im wahrsten Sinne des Wortes nicht. Also von daher, das Thema können wir jetzt abhaken. Und es wird dann auch bei mir jetzt endlich keine Verwechslung mehr zwischen Gregory und, na, ich siehste, jetzt fällt mir der andere Name schon nicht mehr ein, Joffrey geben, genau. Also von daher, ja, alles gut. Du hast aber schon was anderes gerade angesprochen, nämlich, und das ist was, da hat ja auch so ein bisschen die Preview auf Folge 3 schon drauf hingedeutet. Und das wird, glaube ich, so dieser zentrale Story-Arc sein, der Konflikt von Maggie zu Rick. Wir haben in unserer letzten Folge zu Staffel 8 schon drüber spekuliert, worauf es hinauslaufen wird. Und jetzt waren ja vor allem in den ersten zwei Folgen jetzt ganz klar, und es gibt auch einen Ausschnitt aus der dritten Folge, wo gesagt wird, we gave Rick's way a chance. Ja, was ja impliziert, wir machen das jetzt anders. Und Daryl und Maggie stehen ja schon jetzt für die andere Variante. Was ich mich aber da wirklich jetzt gerade frage, gut, wir haben die letzten Monate jetzt nicht mit denen verbracht, Zeitsprung hin und her, vielleicht werden die Lücken ja noch ein bisschen aufgefüllt. Aber bisher, gerade die Montage in der ersten Folge, hat doch gezeigt, dass eigentlich alles ganz gut läuft. Klar, in so einer Zombie-Welt geht immer was schief, und dann geht halt der eine Junge da drauf, und dann gibt es halt von den Arschlöchern irgendwen, der nicht ganz mitspielt, wo ich mich sowieso frage, warum die dem so eine wichtige Aufgabe gegeben haben. Aber, also für mich sah es aus, als wäre es alles früher auch vorher gut gelaufen, und die hätten nicht wirklich Missverständnisse da gehabt. Da muss ja schon einiges die ganzen letzten Monate im Argen gewesen sein. Ja, zum einen muss was im Argen gewesen sein, und was ich mich dann halt, gut, ich meine, man weiß ja, was im Argen liegt. Es gibt Verteilungsdefizite, zumindest beim Sanctuary. Das war vielleicht nochmal ein ganz interessanter Hinweis, darauf hingehend, dass man halt gesehen hat, ach, guck mal, der Negan hat, das sagt ja auch der eine, ich glaube, ist das Daryl, der zu ihm sagt, zu Rick sagt, du wirst bald wie Negan 2, oder wirst schon ein bisschen wie Negan, weiß ich gerade nicht mehr, wer das zu wem gesagt hat, aber der hat ja dann die Saviors entwaffnet, ja gut, und die Saviors, die können ja nichts, die haben ja nichts, in der Fabrik wächst ja nichts. Allerdings versuchen sie ja dann diesen Biodiesel zu traden, was aber irgendwie in die Hose geht, weil die Booten dauernd abhanden kommen. Was ich mich halt dann die ganze Zeit sowieso frage ist, also so schön ist das in dem Sanctuary jetzt auch nicht. Und dann gibt es noch diese Gruppe, um Rick, die irgendwie im Wald haust. Und es gibt doch noch Alexandria, gut, das ist abgebrannt, okay. Aber, also irgendwie verstehe ich noch nicht so ganz, warum die sich nicht dann jetzt mal, also warum sie nicht eine große Community bilden, sondern immer noch in ihren kleinen Dingen da verharren. Das macht irgendwie keinen Sinn. Zumindestens die aus Alexandria und Hilltop zusammen. richtig. Und dem Kingdom. Ja, eben, ja, und dem Kingdom. Also es macht für mich irgendwie nur schwer Sinn, warum die immer noch so, ja, so getrennte, getrennte Wege gehen. Verstehe ich. Irgendwie nicht so ganz. Ja, ja. Aber klar, ich meine, da muss man vielleicht wieder dieses Heimatverständnis der Amerikaner mit reinnehmen, dass die natürlich ihr Zuhause nicht verlassen wollen. Und wir wissen ja immer noch nicht, wie weit die voneinander alle weg sind. äh, ob die jetzt zwei Tage zu dem einen hin oder her brauchen, das hört sich ja doch immer schon an, als wäre Hilltop ganz schön weit außerhalb. Und, äh, wenigstens Alexandria und der Sanctuary werden näher zueinander. Aber, ähm, scheinen ja immer noch große Entfernungen zu sein. Und vielleicht, das ist eine, doch eine große Hürde. jetzt da die Gefahren vorüber sind, denken sich alle, okay, können wir auch da bleiben, wo wir sind. Ja, vielleicht, keine Ahnung. Aber, und die Saviors haben dann natürlich den, das Kürzere losgezogen. Aber die müssten doch dann dreimal ihren Hintern da wegbewegen. Ich meine, was wollen die doch in der Fabrikhalle jetzt, wo sie nichts mehr haben. Ja, aber die wollen doch niemanden von denen, die anderen wollen doch niemanden von denen aufnehmen. Muss man ja immer noch sehen, okay, alles vergeben und vergessen ist da ja nicht. Äh, weil die Saviors haben ja doch schon viel Scheiße gebaut. Und dadurch, dass wen Nigen so alles um sich rum gescharrt hat, sind das ja wahrscheinlich auch nicht die sympathischsten Menschen. Und es gibt immer noch Nigen-Anhänger, die mit ganz plumpen Graffitis, das fand ich auch irgendwie so, ja, genau so würde man es tun. Mhm, ein Graffiti wie ein Nigen, ja, naja, egal. Also, okay, sei es drum. Das ist, das wird ja, glaube ich, so dieser zweite, also der eine Story-Ark, den ich sehe, ist Rick vs. Maggie. Mhm. Und der zweite, ja, das ist so ein bisschen, jetzt gehen wir so in so eine klassische Krimi-Hodunit-Ecke, ist ja jetzt so die Saviors, sind es nur Saviors? Ja, ne? Saviors, die verschwinden. Dann gehen Saviors drauf, ja. Ja, draufgehen oder verschwinden? Erstmal verschwinden sie ja nur. Na, für mich hört sich das gerade diese letzte Szene mit dem, ich will immer die ganze Zeit sagen Russen, weil der in Agents of S.H.I.E.L.D. so einen Russen gespielt hat, der Typ. Ich glaube, der heißt Jeffrey oder sowas. Ja, ich glaube, bei Black Sails auch hatte der eine große Rolle, der Schauspieler, aber der ist ja ganz klar angegriffen worden. Oder Entdeckung gezogen, aber ich glaube auch angegriffen. Ja. Und ja, also man kann sich denken, dass wahrscheinlich irgendein Rächer da unterwegs ist, der Selbstjustiz durchführen will. Oder ist es eine ganz andere Gruppe, die da wieder stattfindet? Aber ich schätze mal eher, es ist irgendwie aus den eigenen Kreisen. Es könnten ja, also wir haben ja noch nichts gesehen von diesen Whisperers, wobei ich jetzt aus dem Comic überhaupt nicht mehr weiß, ob die so meuchelmörderisch drauf sind, keine Ahnung. Die fehlen ja noch irgendwie, da wartet ja die ganze Fanwelt drauf. Mal schauen, was da kommt. Das ist auf jeden Fall durchaus eine Bedrohung. Und weißt du, wer wieder erwarten auch eine Bedrohung geworden ist? Walker sind auf einmal wieder eine Bedrohung. Ach so, ja, aber das muss natürlich sein. Wenn keine Menschen mehr da sind, dann sind die wieder aus dummen Situationen heraus eine Gefahr. Also da war ich ganz überrascht. Und ist ja aufgefallen, dass es wieder den Walker of the Week gibt, ne? Mhm. Ja, da hatten diesmal diesen Spinnen-Walker. Dieser Siddiq, der hat ja Angst vor Spinnen. Also von daher war das ganz, ganz lustig, dass ausgerechnet der auch noch so einen Spinnen-Walker abkriegt. Ja, aber ich hab mir nicht, ich hab's mir nicht nochmal genau angeschaut, aber der kam mir so vor, als hätte der keine Zähne mehr gehabt. Also er hätte ihn auch nicht beißen können. Ja, das kann sein. Und dann natürlich hat er der eine Redshirt, der dann wirklich von dem bis in den Arm drauf geht. Ei, ei, ei. Arm ist auch ein gutes Stichwort. Der Aaron, ich glaube ehrlich gesagt, so meine Vermutung, die bauen den als Rick-Ersatz auf. Meinst du? Ja, weil der... Ach so, weil der so ein Verfechter von Ricks Politik ist. A, das? B, hat er jetzt keinen Arm mehr und kriegt bestimmt eine Prothese. Das ist ja das, was Rick eigentlich die ganze Zeit haben sollte. Ja, okay. Und er sieht auch noch so aus wie Rick. Gibt's den in den Comics? Nee, aber da ist ja auch, der hat ja auch Rick eine andere Wendung genommen. Der hatte da keinen Arm mehr. Naja. Und von da, da fühlte ich mich sofort irgendwie dran erinnert. Und schön ist auch, wie Enid dann einfach mal eine Amputation durchführt. Ja, macht man mal so. Alles klar. Aber dafür haben sie den Arzt ja jetzt dabei. Wie heißt er nochmal? Siddick? Siddick, genau. Kannst du den immer merken mit Alexander Siddick, Schauspieler von Dr. Boucher. Das war ein Edelsprogramm. Da musste ich auch dran denken, genau. Aber der ist ja nicht da. Das heißt, die guckt ja in dem alten, ähm, äh, alte Metzgerbuch danach. Ja, aber sie wird ja sicherlich von ihm gelernt haben. Dafür hat sie ja jetzt ein Jahr Zeit gehabt. Ja gut, hoffen wir mal für den guten Aaron, sonst wird die Figur auch nicht lange überleben, sondern an Wundbrand dann eben sterben. Äh, nee, nee, der, der wird überleben, sonst hätte man schon eher was gesehen. Was haben wir denn noch so? Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Wie gesagt, wir gehen da mal so ein paar einzelne Aspekte ein. Eine Sache, da habe ich mich ja schon im Vorspann dem Neuen gefreut. Also erst mal, was sagst du zum neuen Vorspann? Ja, ist grafisch ein bisschen bunter, ne? Also, ist nicht mehr ganz so dunkel, wie die letzten. Aber ich finde ihn nett. Trotzdem werde ich ihn sicherlich immer wieder überspringen. Ist kein Game of Thrones Vorspann, wird er auch nicht. Nein, definitiv nicht. Nee. Aber dir ist vielleicht was aufgefallen? Ähm, was? Ich schaue mir gerade noch mal durch. Guck mal, was fällt dir auf? Was, was ich immer wieder sage? Immer wieder, ja, Hubschrauber, aber den sehen wir ja auch so in einer kleinen Szene da. Richtig, aber jetzt ist sogar der Hubschrauber im Vorspann drin. Mhm. Ja gut, das haben wir schon, also in der Berichterstattung vor der Staffel habe ich schon so ein bisschen mitbekommen, dass es da wohl doch noch eine Fraktion geben wird oder geben könnte, die sowas wie eine Regierung darstellt. Das wäre ja dann das Commonwealth beziehungsweise Achtung, Verschwörungstheoretiker, alle hüte auf, die New World Order. Genau. Und es sind übrigens zwei Hubschrauber. Habe ich extra noch mal beim, ich habe die letzte Staffel noch mal ganz kurz durchgeskippt. Es waren auch in der letzten Staffel schon zwei verschiedene Hubschrauber. Echt? Den einen, den der Riggs sieht, das ist so ein Huey, Bell, bla bla bla, also dieser Vietnam-Helikopter. Mhm. Und der Hubschrauber, der die Anne abholen soll, also die, ich weiß nicht, den Scavenger-Namen weiß ich schon gar nicht mehr, abholen soll, das war so ein, Jadis, genau, das war so ein, ja, so ein modernerer Trans-Personen-Helikopter. Okay. Also das sind zwei verschiedene und ich habe dann auch mal den Vorspann in dem Trailer, siehst du dann diesen zweiten Helikopter, also in dem Trailer zur neunten Staffel, siehst du diesen zweiten Helikopter nämlich auch noch mal und der hat dann auch ein Logo drauf, so drei runde Kreise, sieht so ein bisschen aus wie ein Biohazard-Zeichen oder wie das alte Krupp-Logo und ja, also von daher mal gucken, also da wird es auf jeden Fall noch eine Fraktion geben. Ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht diese Georgie, das hatte ich ja beim letzten Mal schon spekuliert, dass die irgendwie dazugehört. Ja. Ich finde es übrigens sehr faszinierend und vollsten Respekt dafür, wie viel Energie du noch in die Recherche reinsteckst. Ich schaue mir die Folgen an, achte unbedingt nicht auf vieles, weil ich viel interessierter bin an ganz anderen Serien, aber du bereitest dich ja immer noch sehr gut vor auf unserem Podcast hier. Ja gut, du machst das bei Star Trek, das konsumiere, also bei Discovery, das konsumiere ich jetzt nur so. Da lese ich mir also wirklich gar keine sekundäre Literatur. Aber hier ist so die verzweifelte Hoffnung, irgendwann eine Folge zu haben, wo ich dann sagen kann, jetzt macht alles Sinn. Es hat sich gelohnt, weiterzugucken. Genau. Es hat sich gelohnt, weiterzugucken und jetzt macht alles Sinn. Und guck mal, die hatten doch schon vor drei Staffeln einen Plan. Mhm. Ja, den kannst du ja eigentlich vergessen durch den neuen Showrunner. Also ich habe ja gehört, ich habe ja gelesen, dass viele, also dass die alten einfach gefeuert worden sind, weil die Serie sich in eine Richtung entwickelt hat, die keiner gut findet, vor allem von den Quoten her. Aber der eine ist ja, sag ich mal, nach oben wegbefördert worden. Ich habe den Namen vergessen, der aktuelle. Der ist jetzt nur noch so, also was heißt nur noch, der ist jetzt so Executive Producer, irgendwie so ein Kram. Genau. Wie war das, in welchem Film oder in welcher Serie war das nochmal, dass das Executive allen irgendwie gegeben wird, die irgendwas machen können, aber nicht denen, die Einfluss haben? Das klingelt gerade nichts bei mir. Ja, ich weiß nicht mehr. Irgendwo, ich erinnere mich an irgendeine Szene, wo das gesagt wird, ja, dich machen wir mal zum Executive. Das war ein absoluter Niemand. Keine Ahnung, das sagt jetzt mir überhaupt nichts an der Stelle. Neuer Showrunner, für mich fühlt es sich ein bisschen wie ein Soft-Reboot an. Ja. Oder? Also ich bin, ich bin jetzt bereit, dem Ganzen jetzt nochmal eine Chance zu geben. Also ich sag jetzt mal, komm, vergessen wir mal, das war alles jetzt hier, ne? Und jetzt fangen wir nochmal an. Ja. Ich bin da jetzt aber bereit dazu. Na, zumindest, okay, ich auch, ich schau's weiter, ich bin durchaus positiver eingestellt, als bei der ganzen Negengeschichte, obwohl ich ihn auch schon wieder halb vermisse, ganz egal. Ich find's gut, dass wir so ein paar Elemente aus früheren Staffeln wieder reingenommen haben, so dieses Explorative. Also, dass die Kraterie rumlaufen und wirklich zu interessanten Gebäuden hingehen. Vielleicht lassen es ja jetzt auch so, dass wir wirklich so was wie Washington oder ähnliches erkunden und nicht das x-te Plattenhaus-Gebäude, was aussieht wie jede Scheune überall da. ähm, ich mochte, als sie damals in Atlanta unterwegs waren, als sie von Ort zu Ort gefahren sind, dass man ein bisschen visuelle Abwechslung da drin hat und wirklich was Neues sieht und dadurch auch, äh, mit den Walkern so ein bisschen spielen kann. Ja, da hab ich so ein bisschen Hoffnung drauf. Ähm, deswegen, also, ich fand's zwar jetzt relativ sinnfrei, diesen alten Wagen da aus dem Museum rauszuholen. Über die Glasplatte. Über die Glasplatte. Da hab ich mir gedacht so, okay, come on, es wird ja wohl irgendwie, ganz ehrlich, nimm einfach ein Auto und spann die, und spann Pferde davor. Also, hä? Ja, such dir ein Pickup, spann Pferde davor und fertig. Ja, also, okay, ja, aber sei's drum. Und dann so über die Glasplatte so, irgendwie, nett war natürlich ein bisschen in your face, aber trotzdem gar, das Set war dieses Human Evolution. Ja. Das haben sie gesagt, Human Devolution. Ja, genau, Human Devolution, ja, das war, war eigentlich ganz, 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 ganz nett gemacht. Also, von daher, es fühlt sich für mich ein bisschen wie ein Soft Reboot an. Ich bin noch kritisch hoffnungsvoll, ja, kritisch hoffnungsvoll. Das ist doch noch mal was wird. Ja, schau mal. Jetzt haben wir noch mal gesagt, du hast schon Negan ein bisschen vermisst. Am Ende hast du ihn ja doch noch ein bisschen gekriegt. Ja. Ja, ich meine, das Schöne an Negan fand ich damals immer, als er mysteriös war, als eine mysteriöse Bedrohung im Hintergrund war und man ihn immer nur mal kurz gesehen hat. Das macht einen, das macht einen Bösewicht interessant. Dadurch, dass man nicht so viel von ihm weiß und er scheinbar allmächtig ist. Aber den Negan, den wir jetzt in der letzten Staffel kennengelernt haben, der war auch nicht viel intelligenter, als die ganzen Leute, die da sonst rumlaufen. Das fand ich schade. Und dadurch, dass man ihn jetzt nur da im Keller sieht, wie er eingesperrt ist und sagt, ja, ja, wird sowieso alles schief gehen, finde ich wieder spannender, als wenn er die Zügel in der Hand hat. Wenn es einen guten Drehbuchautor gibt, dann könnte er eine ziemlich geile Dialogfolge schreiben, die nur im Keller stattfindet. Ich denke da an sowas wie Schweigende Lämmer, Claris Darlene und Hannibal Lecter oder so irgendwas. Ja? Ja. Also wenn du einen guten Drehbuchautor hast, der geile Dialoge machen kann, dann könnte das ein, du kannst es ja ein bisschen auflockern mit irgendwelchen Rückblenden oder keine Ahnung was, ja, aber da könnte man, könnte man, also wenn sie ein bisschen Mut haben, machen sie sowas. Aber es muss halt dann auch, auch fast, wenn das 45 Minuten nur dummes Blabla und Beschimpfungen sind, da ist natürlich Schwachsinn. Es wäre doch interessant, ich könnte es mir vorstellen, so ein Setup dadurch, dass, keine Ahnung, Rick wird schwer verletzt, muss flüchten in sein Haus, wo Negan eingesperrt ist, in den Keller, die sind da zusammen eingefärcht und philosophieren über die verschiedenen Ansätze, in dieser Welt zu überleben und am Ende meuchelt Negan Rick ab. Ist das dein Tipp? Ja, wieso nicht? Lassen wir doch mal so, ist mein Tipp für das Ganze. Okay. Dann gebe ich jetzt auch mal ein ganz, ganz Early Guess ab und sage, Maggie tötet Rick und verschwindet deswegen aus der Serie. Also Maggie stirbt nicht, Rick stirbt, also Rick stirbt, der verschwindet nicht, der stirbt und der opfert sich auch nicht, der wird umgebracht von irgendjemand. Es wird kein heldenhafter lasst mich zurück, ihr seid ohne mich schneller tot, sondern ich glaube, Maggie bringt ihn um, ob aus Versehen oder absichtlich oder im Streit, lasse ich mal offen, aber über diesen, über diese Tat kommt sie nicht hinweg und verschwindet dann aus der Gemeinschaft. Oder sie sind beide tot, weil sie sich gegenseitig umgeboren haben. Aber ich glaube, dieser Streit eskaliert. Was mir dann allerdings jetzt noch fehlt, ist der, da muss aber noch ein richtiger Grund her. Also bisher reicht mir das noch nicht. Ein bisschen Streit über ein paar Ressourcen, was ich eigentlich noch leicht lösen könnte, wenn man einfach, wie wir vorhin gesagt haben, mal seine Locations ein bisschen näher zusammenrücken würde. Ja. Vielleicht ist es ja auch so, vielleicht ist es ja auch so ein bisschen das, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, dass Rick Negan vielleicht doch freilässt, weil er helfen kann, irgendeine Art und Weise. Und das zu viel einfach für Maggie ist. Ja, zum Beispiel. Das könnte auch sein. Vielleicht nach so einer Dialogfolge im Keller. Weil ja, ja, weil ja Rick jetzt merkt, hm, der Negan hat ja nicht ohne Grund so gehandelt, wie er gehandelt hat. Nämlich in dem Sanctuary gibt es keine Ressourcen. Er hat aber ein paar Mäuler zu stopfen. Er will auch der Chef bleiben. Also muss ich mir halt meine Ressourcen besorgen. Dass er das jetzt nicht gerade auf die feine Englische gemacht hat. Okay, Haken dran, ja. Aber das Dilemma, vor dem er stand, das hat Rick jetzt ja auch. Weil er läuft ja da jetzt durch Sanctuary und wird als der neue Retter, also Saviour, ja angesehen und alle danken ihm. Ja, aber das danken sie halt nur noch eine ganze Weile und nicht mehr lange, wenn es halt das Essen ausgeht. Mhm. Ja. Ja. Vielleicht. Aber wir sehen ja schon so ein bisschen, wer als Nachfolger quasi aufbereitet wird für Rick und Maggie. Dadurch, dass zum Beispiel Michonne jetzt dabei ist, eine Verfassung, sowas in der Art zu machen. Nein, eine Charta. Eine Charta. Eine Charta, genau, eine Charta. Jetzt mal ohne Scheiß. Sag mir bitte mal den Unterschied zwischen einer Charta und einer Verfassung. Ähm, ich hab absolut keine Ahnung. Also, ich schätze mal, Verfassung ist was irgendwie wirklich deutlich Verbindlicheres, was so die Grundfesten einer Gesellschaft ist, während eine Charta vielleicht mehr ein, ja, ein Dokument zum Willen ist, dass alle sich in eine Richtung bewegen. also eher sowas lose Rahmenbedingungen. Ja, wer mögt, also ich weiß es auch nicht, ja, ich hab das gegoogelt, hab mir Charta und Verfassung Wikipedia-Eintrag durchgelesen und meine Definition war jetzt, Charta ist eher sowas Glob oder was allumfassenderes, also die UN hat eine Charta, ja, und Länder haben eine Verfassung, aber es gibt auch kleinere Vereine, die eine Charta haben, also von daher, ja, aber da hast du es ja schon wieder, die UN, da hält sich doch kein Schwein dran. Ja gut, okay, das ist ein Argument, ja, aber dann ist ja, dann ist ja diese Unterscheidung, die sie ja extra noch betont, ja, nein, eine Charta, keine Verfassung. Das heißt, sie will also jetzt was aufsetzen, um sich im Zweifel nicht dran halten zu müssen. Ja, das sind, das sind einfach gemeinsame Werte, auf die sich geeinigt werden, aber die jetzt kein, äh, vielleicht kein bindendes Gesetz darstellen, weil einfach so viel noch unsicher in der Welt ist. Tja, unsicher geht es auch in den nächsten zwei Folgen dann weiter. Wie viele Folgen haben wir eigentlich in dieser Staffel? Dürfen auch wieder 16 sein. Auch wieder 16? Also 8 pro Staffel, äh, pro Hälfte. Okay, also immer wieder mit Mid-Season-Finale und dann, äh, dann geht es dann. Gehe ich mal stark von aus, ja. Okay, ja, dann schauen wir mal. Ich bin gespannt. Also wie gesagt, ich bin positiv neutral eingestellt. Ich glaube, wir haben heute auch seit langem mal wieder keinen Rant von uns gelassen. Vielleicht haben wir da wieder ein paar Hörer zurückgewonnen, ja, mal schauen, ob wir, Wenn man so ein Highlight wie Gregory drin hat, dann kann man denen ja nicht ganz böse sein. Ja, das ist natürlich richtig. Aber ich glaube, mit der Folge heute werden wir keine wütenden Kommentare auf all sämtlichen Kanälen ernten, wie bei unserer letzten regulären Folge über den Terrence Hill Film. Ja, noch einige sehr, ich hatte meinen Spaß, aber naja, egal. Das ist ein anderes Thema. Sag mal, lieber Michael, anderes Thema. Das heißt, wir hören uns in zwei Wochen spätestens hier mit Dead Nerds Talking wieder, aber wir sind vielleicht noch ein bisschen früher da, denn du hast ja doch noch ein paar Sachen aufgepfannen. Jetzt muss ich mal gerade drüber nachdenken. Also, ich habe zum Beispiel die ersten zwei Folgen von Daredevil schon gesehen, das jetzt am Freitag in dieser Woche rauskommt. Das ist der dürfte, der, keine Ahnung, damit was auch einordnen kann, der 19. Oktober sein. Vorher will ich noch was Kleines aufnehmen, um ein paar so Reaktionen zu zeigen, worauf ihr euch in der dritten Staffel schon freuen könnt. Dann haben wir beide ja zuletzt Bohemian Rhapsody im Kino gesingen. Oh ja, oh ja. Da haben wir noch ein Presseembargo drauf, dürfen wir noch nicht drüber reden, da machen wir was zu. Seid gespannt, so viel können wir auf jeden Fall schon mal sagen. Na, dann haben wir noch Star Trek Shorts, die auf uns zukommen, die leider noch nicht so in Europa oder Deutschland freigeschaltet worden sind, aber es gibt sicherlich noch Möglichkeiten, sich die anzuschauen. Da können wir bestimmt noch mal gut drüber reden. Habe ich mit Dimitri gesprochen, hat russische Sicherheitskopie, wird uns vorbeibringen. Atomgetriebene, was war es? Kriegsschiffe. Kriegsschiffe. Genau, die atomgetriebene Kriegsschiffe. Die wird uns vorbeibringen und wir haben wieder Kon-Zeit. Wir haben wieder Kon-Zeit. Zwei Kon-Zeit stehen an. Die eine ist die Imperatoma, da gehen wir erst mal der Reihe nach. Die erste ist die House of Horrors. Ist die Imperatoma, Thomas, nicht früher? Jetzt machst du mehr, aber Angst. Stimmt, stopp, stimmt. Die Imperatomas-Con, die ist, oh verdammt, die ist am dritten in Oberhausen, nee, in Mülheim. In Mülheim, ne? In Mülheim oder Oberhausen. Du hast das organisiert, ich hab keine Ahnung. Wenn ich mal wieder hier die, warte mal, google, wann ist die Imperatomas-Charity-Con. Live googeln in der Sendung kommt immer megamäßig an. Noch 19 Tage ist sie, aber er hat das Datum nicht dazu geschrieben, verdammt nochmal, 19 Tage von heute hier. Am 3. November, am 3. November von 10 bis 18 Uhr im Wissenspark in Gelsenkirchen. Und wir haben noch nichts vorbereitet. Wir haben noch nichts vorbereitet, aber wir werden das auf jeden Fall noch machen. Ich hab auch, während wir aufgenommen haben, schon eine Mail gerade auf unserer Facebook-Seite bekommen, nämlich von einem der Organisatoren, der uns fragte, vom Ralf, kommt ihr jetzt? Ja, wir kommen. Wir werden kommen, wir werden ein Nerd-Quiz spielen on stage und wer also aus Gelsenkirchen kommt, der kommt mal vorbei. Das ist eine kleine Con, das wird nicht groß, aber es ist für einen guten Zweck. Ja, und da kann man das auf jeden Fall machen. Und es sind auch ein paar bekanntere Leute, da, Bill Hargraves ist zum Beispiel da oder Ken Combs und Andy Hurt. Und ich glaube, die deutsche Stimme, ja, genau, der Hans-Georg Pantschak, die deutsche Stimme von Mark Hamill kommt also auch. Also da sind schon ein paar dabei, die man so aus dem Star-Wars-Universum kennt. Gebt euch doch mal da einen Ruck und kommt mal zur Imperatomas Charity Con. Eine Woche später sind wir dann nämlich in Oberhausen, das war das, was ich meinte, bei der House of Horror. Con in der Turbinenhalle in Oberhausen und auch dort werden wir wieder quizzen, live on stage. Wann genau, um welche Uhrzeit, das erfahrt ihr dann auf unseren Social Media Kanälen. Da haben wir jetzt noch keine festen Uhrzeiten, aber das werden wir euch noch über Twitter und Facebook und so weiter rechtzeitig mitteilen. Also, Mülheim und Oberhausen, zwei kleine, aber feine Con. und sobald diese House of Horror Con ist gar nicht so klein. Ja. Da kommen auch ein paar interessante Gäste hin. Kannst du wieder Interviews machen? Hast du schon lange keine mehr gemacht? Lange keine mehr gemacht. Bill Hargraves hatte ich übrigens auch schon mal vor dem Mikro. Nee, aber ich bin besonders gespannt auf solche Leute. Also, Eric Roberts kommt da hin, kennt man. Ganz, ganz großer Klassiker, was so Reaction und Horrorfilme angeht. Dann Dennis O'Hare aus American Horror Story und True Blood. Alexander Brackenridge kennt man auch aus American Horror Story und True Blood und die hat sogar in Walking Dead mitgespielt. Interessant. Und noch so ein paar andere. Könnte ich mir ganz spannend vorstellen. Ja, also da hast du auf jeden Fall wieder ein paar. Oh, Tom Berringer kommt. Ey, Karamba. Ich sollte mir vorher mal die Gästenliste durch. Also, bei Tom Berringer gehe ja sogar ich mal vorbei. Also, von daher, da wird durchaus was dabei sein. Da werden wir auch wieder ein paar schöne Intros haben. Da freue ich mich schon drauf. Und sind ja dann doch irgendwann die Intros ausgegangen. So, in diesem Sinne, alle, die bei Debt Nerds Talking wieder dabei sind, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Alle, die Sondizismus sonst treu sind, dann wird es wahrscheinlich viel früher noch was geben oder wir sehen uns live. Schreibt doch mal, ob ihr auch bei dieser Konzeit seid und auch schreibt uns auch eure Kommentare und was ganz toll wäre, wenn ihr dieser kleinen Show mal helfen würdet. Und jetzt machen wir mal was alle gemeinsam. Nehmt euch mal eine gute Tat in der Woche vor. Ihr empfehlt in der nächsten Woche einer Person, die ihr ganz doll lieb habt, Nerdizismus. Das ist eure Hausaufgabe bis zur nächsten Folge und dann schreibt ihr uns in die Kommentare, wie mir jetzt alles Nerdizismus empfohlen habt. So machen wir das. Wunderbar. In diesem Sinne, Michael, dir vielen Dank. Gerne. Und wir hören uns dann später im nächsten Video. Bis dann. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.